ein herzliches willkommen hier auf meinem kanal ich bin der serials und ihr seht es wir sind im supermarkt simulator in unserer testzone unterwegs und ich habe da eine kleine überraschung vorbereitet und zwar habe ich geschaut dass ich 100.000 dollar zusammen bekommen um eben den laden ein bisschen auszubauen und es wird auch ein größerer umbau werden und wenn es euch interessiert also im supermarkt simulator habe ich jetzt schon 122 stunden verbracht nur dass ihr dann mal seht wie viel zeit man braucht um eben dann auf gewisse erfolge zu kommen dann würde ich sagen steigen wir gleich ein supermarkt level 85 102.600 390 dollar euros whatever ich gehe davon aus dass das dollar sein sollen ihr seht schon regale sind relativ leer ja also so ein bisschen habe ich schon ausverkauf gemacht ein bisschen ist natürlich auch noch drin also da kann man doch mal öffnen dass da die leute reinkommen sollen sie noch ein bisschen was kaufen gibt wieder asche da kommen sie dann auch schon und werden die halt doch ein bisschen was einkaufen schauen wir dann jetzt mal rein in die verwaltung rechnung haben wir keine zu bezahlen die sind schon bezahlt wachstum ist ja unser nächster schritt hier diese 40.000 der nächste sind schon 52.000 da bin ich noch am überlegen ob ich dann den auch noch gleich mit dazu nehmen soll aber das sind schon 92.000 das ist schon eine menge dann hat man nur noch 10.000 übrig alternative wären die zwei ausbaustufen im lager weil hier benötigt abschnitt sehen das wird dann erfüllt wenn wir den gekauft haben also ihr könnt sie mal in die kommentare schreiben wie ihr es machen würdet zwei abschnitte zu kaufen für das lager das an der lager kapazität habt und dann dafür ein abschnitt im supermarkt oder beide abschnitte im supermarkt und dafür im lager nichts ist schwierig wobei auf 52.000 dann wieder zu kommen das kann natürlich wieder dauern also ich habe es bestimmt eine woche gespielt um von 25.000 auf diese 102.000 zu kommen jeden tag so etwa fünf vier fünf stunden kommt hin also es ist nicht einfach aber dafür natürlich haben wir auch keine großartige kosten für die bank zinsen zahlen wir uns am besten selber lizenzen gibt es ja auch noch zu kaufen und ich werde endlich einmal drauf auf diesen komischen supermarkt einsteller den vierten kassierer den brauche ich unbedingt aber da reichen mir die punkte noch nicht also da fehlen mir noch 82 punkte die da man doch wohl hinkriegen verdammt juchte achts gern dollar aber ganz schnell raus hier und dann auch nur beschweren also hallo das ist schon was anderes gute ernährung konflikts und bier so kann der tag beginnen ja das ist sushi wir haben schlecht und es weg kommen wird wir können jeden scum dollar dann brauchen wir müssen dann auch unser lager wieder auffüllen eventuell neue regale kaufen also kommt schon ein bisschen was zusammen wie jetzt eine packung käse geht's noch auf 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht Da haben wir noch ein paar tausender Krieg, ne? Und so... Ich glaube da hinten haben wir noch... Und jetzt machen wir mal looky look... Hauen wir mal drauf... Also entweder das noch... Oh, das Lager... Ja, das seht ihr mal... Das war nicht so einfach, ne? Das war nicht so einfach... 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 Ja... Das war nicht so einfach... Das könnte passen. Ja, nicht ganz bündig. Ja, nicht ganz bündig. Ja, nicht ganz bündig. Das könnte passen. 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 So, sieht doch schon mal noch was aus. Haben auf jeden Fall schon mal wesentlich mehr Platz. Und das kleines Stück kostet noch einmal 52.000. Das wird auch schon langsam enge. Na, würde ich mal sagen, machen wir noch das. Das haben wir auch gleich mit dazu. Wie sieht denn das jetzt aus? Oh, okay. Okay. Was sind die zwei Dinger? Na komm. Schissen drauf. Bede machen wir es gleich richtig. Ja. Aber da würde er 25, 26.000 kosten. So. So. Wir müssen ja dann auch das Lager neu organisieren. ganz schön. Untertitelung des ZDF, 2020 Alles was wir machen, da rein So, wenn wir dann die Schilder weg haben, können wir da... ...die ganzen Dinger verschieben Hmm... Hmm... ... 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 mal sehen was so auf uns doch alles zu prasselt und dann müssen wir wieder geld verdienen dass man halt wieder die nächste erweiterung ihrem laden machen können also in diesem sinne bedanke ich mich fürs zuschauen und ich hoffe seit beim nächsten mal wieder dabei bleibt gesund und glocke und abo nicht vergessen und wenn ihr sonst wissen wollt was so die gamer miliz ist dann könnt ihr auf die gmail.info schauen dort findet ihr alle infos in diesem sinne bis zum nächsten mal euer siri